Gibt es noch eine Steigerung dieses Turbofrühlings? Ja, auf einer weiteren Insel im Bodensee, der Blumeninsel Mainau. Weiße und rosa Magnolien stehen in voller Blüte. Tausende von Osterglocken in Weiß und Gelb. Unzählbar viele Tulpen in allen Variationen. Bei diesen sommerlichen Temperaturen filigran von der Sonne durchleuchtet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020